Hä? Warum spawn ich jetzt wieder? Hier wollte ich überhaupt nicht spawnen. Wer Blood Money nicht kennt, da geht es darum, dass in der Mitte der Karte Geld liegt. Und das muss man dann einsammeln und idealerweise dabei noch Leute killen. So wie jetzt gerade. Und dieses Geld muss man dann... Oh! Holt ihr gerade Geld? Äh ne, ich schieße gerade Leute. Alles klar, wenn ihr Geld holt, kommt weiter zum Parkplatz, ich hole euch mit dem Hubschrauber. Wunderbar. Oh ich sammle gerade, aber hier kommen ganz viele Feinde gerade. Moment Klaus, wie weit? Ach, wo kommt das her? Ah, von oben schon. Nauni, ich steig ein, links. Rechts bin ich. Ja, ich warte hier, wenn Klaus und so mit Hube kommt. Ich glaube, über mir ist der immer noch. Warte, ich komm, ich komm, ich komm, geh runter, geh runter. Ich hol mal gerade mein ganzes Geld. Achso, du bist... Wo bist du? Recht. Okay. Hol ich Geld? Ich merke es nicht. Ich versuch's, Pado. Ach, scheiße. So, ich lauf mal nach draußen. Oh, 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 oh. Ich hab Gas gefressen. Ähm, das heißt, ich hab jetzt ein bisschen Geld dabei und das bringe ich jetzt... In die Basis. In die Basis. Oh nein, so viele Gegner überall. Ja. Ich hol den... Barberler ab. Ja, das wär mir sehr recht, denn... Ich lauf jetzt einfach nach Hause. Über dir. Ah, ja, gut, dann gib Gas. Aber mach's nicht kaputt. Moment. Ah, vergiss es, ich lauf. Moment, das geht noch, das geht noch, das geht noch. Jetzt wär's gegangen. Naja, ja, jetzt wär's gegangen. Nix, ich lauf jetzt nach Hause. Ich kann das, nein. Ich kann das. Das Heli überschlägt dich. Muss man wissen. Du bist jetzt wirklich... Du hast jetzt wirklich gerade den Heli kaputt gemacht, oder? Ja, der war eh unten am Wasser gestanden. Ja, ja. So, gut. Und jetzt bring ich die nach Hause. Und dann gibt es eben... Punkte fürs Team. Und jetzt lag ich. Oh, eh und spring ich durch ne Scheibe. Ähm... So, und jetzt sieht man unten... Was? Warum waren denn das nur... 10 Tickets? Und jetzt sieht das Spiel, wie es aussieht, wenn ich tot bin. Naja, diesmal ging's ganz gut bei mir. Oder läuft's bislang. Die sitzen auf dem Dach oben. Das machen wir gerade sauber. Yo. Ich bin... Oh ja, die sitzen oben an dem Schrägfenster auf dem Dach. Ich suppresse da mal so ein bisschen hin. Ah ja. Wieder was dabei. Die krieg ich alle! Ich steig nach Klaus ein. So, was will ich? Jawoll. Ich hab's nur in der Killcam gesehen. Wie sie alle umgefallen sind. So, das Nette dabei ist... Ähm... Ach, jetzt mach ich... Erstmal zeig ich euch hier nochmal dieses... Dieses Ding-sie-Dings. Fauen wir noch so ein Seilchen hin. Das ist das Gewehr. Äh... Das Blöde dabei ist, dass man... Naja, jetzt ist hier gut nach weg. Ähm... Also man kann eben auch das Geld des Gegners klauen. Und, äh, nach Hause tragen. Und, ähm... So eben theoretisch auch in der letzten Sekunde irgendwie das Spiel noch drehen. Das werden wir mal schauen, ob das wirklich in der Praxis möglich ist. Mit diesen... Dings hier, was ich vorher in den, äh, Spielen nie benutzt hab. Kann man sich, ähm... Zip es ab! So eine Zipline bauen. Und das ist dann quasi eine Abkürzung nach Hause. Jetzt sieht man es wieder beim Paddo, wie er es gerade macht. Paddo, hast du noch Geld dabei? Ja, ich hab gedacht... Ja, pass auf, wir sind gerade bei mir. Ah, verdammt. So. Ist da noch einer? Ziel sitzt auf dem Geldhaufen in der Mitte der Karte. Deshalb geh ich da jetzt auch mal hin. Das sind drei Gegner gerade zum Cash gelaufen. Oh. Freezer, ich komm. Ich auch. Ist da einer? Ich bin gerade beim Geld. Ja, da sind zwei. Oh, das gab's so. Oh, und da hab ich sie schon. Du fragst mich, ja, revive. Ja, ich hatte aber den Revive quasi auf 100% schon aufgeladen. Ich liege tot beim Geld. Und jetzt guckt auch gerade einer zum Geld. Und jetzt läuft er wieder nach Hause. Da ist noch einer, Donny. War eben Hitmarke bei der Granate. Ja, das macht ihr eigentlich da vorne. Snipe hat ihr. Ich klaue Geld aus unserem Tresor übrigens. Ich steck mal hin, ne? Ist nicht gut. Dann geh ich bei uns... Ah, die haben auch einen Hubschrauber bei uns. Ja. Oi. Ohne Hubschrauber könnte ich mich eventuell kümmern. Also, ich setz mal das Ziel auf, äh... Wo sind denn die scheiß Dinger? Da sind noch welche? Ich hab die Stinger. Ja. Ja, dann löt ihn weg. Ja, ich brauch... Ich muss aufs Dach. Oh, Kopfschuss. Kommst du, Klaus? Da ist noch einer am Zaun. Jetzt klaut... Jetzt hab ich den schön das Auto dahingestellt. Spottet mal den Heli, bitte. Äh... Haltet die mal bitte auf. Die fahren jetzt mit unserem... Geld nach Hause. Da komm ich nicht hoch so schnell. Oh, warte. Doch. Ich... Komm mal als Sniper. Ne, ich komm da nicht hoch. Da ist das Auto. Passt schon. Ich laufe hin und du kannst bei mir spawnen. Ja. Boah. Ups. Ups. Wo bin ich jetzt? Ja. Na, häng an oder was? Hab ihn. So. Da ist viel Kohle am Boden. Fahrer ist erledigt vom Van. So. Und die Typen lassen das Geld dann auch fallen. Das heißt, das kann man dann einsammeln. Hup, hup, hup. Auch ein Gewehr. Hup, hup. Und die Typen. Kack. Da kommen Fahrzeuge. Wir sind damit wieder nach Hause. Ja, ist gespottet. Wir haben kein Geld mehr, ne? Das heißt, ähm, müssen wir Geld holen. Ja. Komm, wir fahren mit dem Van zurück. Boah, das ist voll knapp. Ich hab hier extrem viele Leute zwischen unserem Tresor und der Villa. Welcher Villa? Ne, schau mal. Ja. Viele, viele. Achso. Okay. Die gehen beim Hubschrauberlandeplatz, gehen sie längs. Kommst du? Kommst du? Ja, wir kommen gleich. Ich hab noch nicht voll. Egal. So, hier liegt ganz viel Kohle. Aufm Weg. Los, ran hier. Alles holen. Ich bin jetzt voll. Und bring das wieder heim. Komm, das war alles. Pato, hau mal erstmal ab. Ich komm. Warte, warte, warte. So, im Moment hat wieder keiner Geld. Das heißt, diese Runden können auch wirklich ewig lang dauern. Aber das ist natürlich... Oh, fuck. Woah. Shit. Kommt ihr gerade mit dem Auto? Man kann ne komische Kurve. Hier, Augen auf im Straßenverkehr, ne? Ich bin tot. Zu kleine Eins. So. Habt ihr schon. Erstes Geld. Okay. Wartet, 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 Breezer. So, kommt ihr mal bitte hier. Okay. Was ist das Maschinender da? Oh nein! Oh, fuck. Ich bin Mechaniker. Da greift jetzt gerade jemand unseren Vault an. Seid ihr gerade alle gestorben? Ja. Ja. Oh, mit dem ganzen Wagen voller Geld. Ja. Ja, weil wir völlig alone in the dark waren. Ach, das ist scheiße mit dem Vans. Ich sehe drei Leute auf der Maps gerade. Oh, sind bei unserem, bei unserem Dings, bei unserem Vault ganz viele. Ja, ne. Das sind... Ach, ich wollt grad sagen. Ihr seid alle wieder da. Ja, nice. Hier liegt ein MG 36. Ja, das war meins. Ich gehe 36 LMG. Hast du? Hier liegt ihr oben. Verwirrt. Hier steht. Ah ja. Aber egal, wir haben denen wahnsinnig viel Geld geklaut und haben das irgendwo auf der Karte verteilt. Ja. Das ist auch was... Ja, die sind aber immer noch. Wenn das explodiert. Oben auf dem Dach. Gleich mehrere auf dem Dach. Wo, ich stecke hier gerade so. In Battlefield 4 komme ich ja ganz... Öh. Unser Vault wird gerade angegriffen. Ich gehe mal wieder zurück. Ab ihn. K10. Da ist doch einer. Ja. Da ist einer weglaufen. Bedauern. Achtung auf den schlechten Dach. Da sind wieder ganz viele bei uns. Wir müssen mal wirklich jetzt unseren Vault verteidigen. Denn den greifen sie jetzt ständig an. Auch wenn der jetzt hier nicht weiß, wie ihr nach Hause... Ach so. Okay, weiß es doch. Alles klar. Komm, Pato. Wir holen uns jetzt das Dach und geben das nicht mehr ab. Ja. Gut. Dann holt ihr das Dach. Äh... Der Heli. Hm. Nein! Ja, hat mich auch. Hab den. Kommt noch einer hoch. Kommt noch einer, ja. Nein, 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 da kommt gar keiner. Ich hab die Biener! Ey! Ich bin durch irgendwas durchgefallen. Der holen kann einen rein in die Kohle. Die greifen... Also, lasst mal wirklich unsere Basis verteidigen. Denn die holen halt jedes Mal alles raus. Ach. So, ich setz mal... ... unseren Dach. Ah, wieder auf dem Dach. Auf meiner Leiche. Ah shit, jetzt bin ich gerade runtergesprungen. Jetzt brauchen wir nicht mehr viel zu verteidigen. Ist alles rausgeholt bei uns. Er ist sehr verliegt, Jungs. Gut, dann greifen wir jetzt der und Puff an. Jo. Der Heli steigt doch gleich wieder auf. Ne, Heli ist nicht mehr aufgestürzt. Der ist abgestürzt. Ne, ne, doch. Ah, ne, ne. Dreh dich mal um. Ich hab... Kannst hier bestimmt Health von mir nehmen. Ja. Oh, Pia. Ich wollte dich gar nicht töten. Ich hatte nur noch Straut. So, alle aufstehen bitte. Katie down. So, jetzt brauchen wir mal der an Kohle. Jetzt geht's noch nicht weiter. Du brauchst erst mal Medi. Das ist wohl warm. War wieder auf dem Dach. Ich stehe auch gerade ganz schlecht. Oh, oh, unter uns. Ups. Das ist noch mal einer. Ist das ein Durcheinander? Lost one. Ja. Gibt es jetzt irgendwas? Gibt es irgendwas? Ja, gut. Das sieht gerade ganz gut aus. Oh, ich kann mich weg. Kloss, ich komm bei dir raus. Ja. Hast du die Taschen voll? Sollen wir dich beschützen? Vorsicht, oben auf mich. Vorne Haupteingang. Drei Mann. Komm unten rein. Regt nach bei den Fenstern. Zielen auf den... Wie kann ich den nicht getroffen haben? Ich verstehe es nicht. Ich kann wirklich in diesem Spiel nichts treffen. Ähm. So. Also. Ich sag's nochmal. Lasst mal deren Vault angreifen. Ja, ich bin grad auf dem Weg. Ja, ich komme mit. Pato, der hat Geld fallen lassen. Das nehme ich noch mit. Komm schon, komm schon, komm schon. Rieser nehmen wir auch noch. Oben vom Dach schießt einer. Und so daher. Ich hau es mal ab. Komme, Pato. Rechts auf der Straße Fahrzeug, Pato. Im Vorbeispring hab ich den grad geneift. Wie geil. Mach einfach mal Kopfschuss. Äh. Ins Auto rein. Mach dem nix. Oh, auf dem Dach ganz viele. Jetzt kommt der wieder zurück. Ja. Mach mal den Granatwerfer ready. Das ist doch der Typ. Oh nein 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 nein. Du lagst. Ah, shit. Wollen wir nicht so lange. Oben auf dem Dach sind wieder einige. Hab den. Sehr gut. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wir sind den... Wir klauen die gerade. Ah, sehr gut. Ich hol da schon mal den Wagen. Dann müssen wir aber schnell durch. Ich hab zehn. Ich hab sechs. Ah, der Wagen ist kaputt. Sehr gut. Naja, das bringt nix. Der ist im Arsch. Naja, das bringt nix. Der ist im Arsch. Daniel, ich hol dich. Ja. Das wär nett. Ich hol dir allerdings auch dein ganzes Geld. Da oben steht doch ein Fahrzeug. Ja, das ist aber schon so gut wie kaputt. Wobei, vielleicht hat sich's zwischenzeitlich geheilt. Nee, das geht. Ich kann reparieren. Ja, dann machen wir bitte. Heli ist gespawndet. Ein, das fehlt mir noch. Wir fahren schon mal. Wir kriegen nämlich gerade. Jaja, fahrt. Macht das, ich zieh die ein bisschen guter. Es geht nicht mehr im Grund. Nahtwerfer. Ich kürze ein bisschen. Ich fahr mal ein bisschen hier durch. Damit das nicht so leicht hat. Ja, mir ist schon schlecht. Schau mal. Oh, Heli landet bei uns. Das wird wieder. Was ist? Was ist das? Okay, jetzt lieber raus. Bevor die uns killen mit dem Mikro. Oh, bin down. Keine Ahnung von wo. In der Garage. Herrgad. Armin. Danke. Auf. Der hat doch bestimmt Geld fallen lassen. Jaja, das bringen wir tatsächlich wieder zurück. Ja, das bringen wir tatsächlich wieder zurück. Sogar relativ viel. Die bringen das gerade alle zurück. Die kommen jetzt über den Hügel zu deren Versor. Ja. Ja, dann fahren wir wieder zurück. Und. Hup, hup, hup. Wir müssen da drüben bei denen definitiv bildern. Aber in der Mitte ist auch keiner mehr von uns. Das heißt, die können sich auch ohne Probleme die ganze Zeit an dem Geldstabel bedienen. Shit. Sind wir alleine hier im Team? Ja, hab ich auch. Was gefühlt ist das? Ich mach mal kurz das Radio aus. Es ist nur ein anderes Ding. Er steigt bei dir ein. Geradeaus. Ach komm. Was? Was? Ich schieß doch die ganze Zeit auf den. Warum stirbt der denn nicht? Herrgott. Jetzt brennt alles. Kann mich einer holen? Ich lieg da. Ey, jawoll. Kann ich. Links oben. Er ist sehr viel liegt. Was? Irgendwie ist mein Ton kaputt. Jetzt müssen wir bei denen aber schnell irgendwas holen, weil ansonsten ist hier... Geil wie... Komme. Danke. Was? Noch ein bisschen reparieren? Ja, ich reparier. Mein Ton ist irgendwie ganz dumpf. Steig ein, du kannst doch drinnen. Bei mir ne Leiche. Zwei Mann. Und die Wohleute. Was ist denn jetzt los? Was? What? Ja, genau. Geh weg. Geh weg. Jawoll. Wir müssen schnell wie möglich ein bisschen was von denen... Boah, da kommen welche rein. Du würdest nicht schießen brauchen. Boah, sie kommen noch mehrere. Auch mit der Schraube. Ja, die dürfte da nicht... Lebt sonst vom Geld erstmal weg. Nimm Deckung. Ist das mein Geld? Tod hoffentlich mal wieder geil hier. Ne, doch nicht. Ich liege in dem Raum. Ja, ich kann jetzt einen Mission Rifle. Ich bin... Kommst du wieder? Reset, ich hab fast voll. Fahr los. Boah, aber... Irgendwie low HP. Warum auch immer. Okay. Ja, die beklauen uns auch gerade wieder. Also mein Ton ist weiterhin irgendwie im Eimer. Ihr legt nochmal Geld. Ihr könnt das schnell aufsammeln. Die Biene. Ja, ich liege mir mal vom Staat. Doch, da kommt auch wieder irgendeiner. Ach, scheiße. Hört mal ein bisschen hier hocken. Der bringt doch grad ne Tasche. Da ist noch einer gespompt bei ihm. Achtung, Patu. Hier sind auch Leute. Abgeben. Einfach rauf springen. Wo sind die denn hin? Ab einen. Wow. Oh, das sind ganz viele jetzt. Hier. Da gibt es mich hocken. Guck mal, eine ganz gute Ecke hier. Kannst du hier nicht haben? Tatsächlich. Au, 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 au. Irgendwer ist doch da in meiner Nähe und kann ich mich vielleicht wieder aufstellen, nein? Kann ich leider nicht aufstellen. Abgeben. Per Kopfschuss, oder? Äh, ne, angeblich bei einem, aber geschenkt. Man kann dich nur einmal reviven. Überhaupt, immer. Ach, das ist ja... Ich dachte auch hier 10 Sekunden mit Abschirm. Also, wenn wir das nicht verlieren wollen, dann müssen wir da drüben bei denen das Geld rausschlacken. Ansonsten, da liegt dem jetzt mittlerweile so viel Kohle rum, dass die nur zwei, drei Mal hin und her laufen müssen und haben es gewonnen. Ja. Rausschlacken. Wow, sind da viele. Nein. Uiuiui. Ich seh nichts. Hallo hat mich umgebracht. Sorry, ich hab gedacht, da geht zu lang. Jetzt war ich vorhin auch das Problem. Ich bin genau im richtigen Moment unbewusst ausgestiegen und auf einmal schreit Patron... Oh, liegen da viele. Ich bin nach rechts. Hier liegen auch... Hier ist echt richtig viel. Ja. Multi-Kill. Ach Gott, leg nicht doch mal hin, ey. Was machen die denn da alle? Sehr geil. So, jetzt Leerräume und die Clippe. Die wollen ihr... Was ist denn herzlos? Ich lieg verpackt auf dem Boden und kann mich nur im Kreis drehen. Das ist auch gut. Was ist denn hier oben? Da hocken immer noch ganz viele hinter diesem Felsen, wo ich eben gestorben bin. Was... was... was machen die da? Ja, das waren die. Oh, jetzt fahren ganz viele zu unserem... Ey, guck, killt die doch mal. Kann doch nicht sein da. Egal. Boah. Ich bin voll. Ja, das erklärt's. Nimm dir die Kohle und bring dir die Klippen runter. Warte, warte. Ja. Boah, danke. Boah. Einen hab ich noch mitgenommen. Oh, da fällt das ganze... fliegt das ganze Geld. Da liegt aber wirklich so viel Geld auf der Straße. Ja, deswegen. Ich hab jetzt... Ich hab mich einmal geselbstmordet. Dass einfach mal 10... 10 Geld weg sind. Ach so. Ich hab dann wieder Geld von, ähm, von der mittleren Welle zur, ähm, Villa. Alter. Ähm... Seid ihr alle in diesem Auto? Ja. Nur da und ich nicht. Okay. Ich bin zu unsicher, die Karre. Haha. Der hält ja nichts ab. Oh, Prisa, wir hätten hinter zu denen gemusst. Was tun wir denn hier? Aufverfahren. Da liegt eh genug bei ihnen bei denen. Oh, warum? Knapp. Zeit? Oder hatten die jetzt vorhin... Ne, ne, die haben 150. Ah, das ist nicht schnell. Die hatten ganz viel Geld im Umlauf, was halt hinten, als wir es geklaut haben, dann auch direkt am Boden und dann läufst du zweimal hin und her und dann hast du es voll. Ja. Aber das ist spannend. Das macht Spaß. Dann gibt's auch ein paar Punkte. Äh... Also macht mir spontan mehr Spaß als, äh... Jetzt, wo ich sehe, dass ich vorm Gloss bin, macht's mir sogar richtig Spaß. Ey, also... Gibt's nicht. Bina, bei uns ist Platz übrigens. Komm rüber, nächste Runde spielst du mit. Ja. Tja, 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 tja! Tja, 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 tja! Also macht's...